Ich bin Walde und ich darf schon wieder Tanks spielen. Diver. Diverpick instant. Ja, ich glaube, die wird aber bald genervt. NERVE DEALS! Doch, ja. Toki. Warum heißt das Ding Toki? Toki. Toki. Na dann los! Bleib zusammen! Ich stell den Schaden ein! Ja. Passt da draußen aufeinander auf! Zack mal mit mir! Wir haben eine Bastion. Oh, er hat auch den ersten Skin. Ja, ich kann immer noch Emote-Hallo sagen. Cool. Legen wir los! Okay. Wir machen einfach ein bisschen Disco. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Andere. Beginn. Oh. Pfff. Oh, okay. Ich hab aber Schaden. Das jetzt. Nichts gemacht! Oh, okay. Ich hab jetzt versucht, die ganze Zeit Leute zu heilen. Gefühlt. Okay, Bosch'n. Das hat er nicht zuhört. Nicht so lange ich hier. Ich muss noch kraken! Geh mir noch neuer! Okay, Boschen. Komm, komm! Den Ender, der der ganz Kinder ist, hopp, hopp! Hä? Wo ist sie? Deine E, deine E, deine E. Stimmt. Oh! Hahahaha! So. Hä? Ich bin zu fett, um da durchzupassen. Boah. Ich guckte, die wollen mir wehtun. Die wollen mir alle wehtun! Sind die alle da hochgekommen. Ja, warum geht keiner auf den Punkt? Okay, der Bastille, der springt lieber in den Tod anstatt von meinen Ulti getroffen zu werden. Oh, hab ich dich platt gemacht mit meinem Mac? Hat mir ja gar nicht leid. Ich bin eine Diva. Ja. Kann ich den Reifen essen? Ne. Der Bastille, Bastille... Von denen lernst du aber auch nicht, ne? Der lernst echt nicht von denen. Wo ist das ganze Gegnerteam? Ja, ich auch. Oh, schade. Movis hat aber ihren Sperr mir gewastet. Ja, wir haben noch Teamkill gekriegt. Uh. Tschüss. 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 Zocken. Easy. Bam, wer war der beste Tank? Ha, 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 ha. Highlight des Spiels. Ja, so. Okay, gucken wir uns das Highlight an. Wow. Ich fände cool, wie ich einfach vorgestürmt bin und einfach alle platt gemacht habe. Und schon wieder eine tägliche nur. Das bringt mir keine Punkte. So, Angriff. Ach komm, hol doch doch. Eure Haar. Okay. Wow. Ich habe jetzt eine Nachricht von Amazon bekommen. Ja. Ja. Dass er alles so leid tut uns, bla, 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 bla. Aber irgendwas kriegen, dafür tue ich immer noch nicht. Ich hätte einen Soldier von meinem Arsch. Äh, ne. Ist ja ein Soldier-Arsch von mir. Oh, Rieck, da löst du ja so viel Highlight plötzlich. Ich habe gesagt, ich übernehme einen Punkt, ne. Was hat mich getötet? Was? Lucy hat mich ganz alleine plötzlich gekillt? Hä? Okay. Das war wirklich gerade sehr merkwürdig für mich. Seit ich plötzlich den ganzen Schein, den er mir gedrückt hat, auf einmal reingedrückt. Oder in die Karte war irgendwie ein bisschen komisch. Ich habe wirklich gerade irgendwie nur eine Sinape hatte. Ich habe mich auf mein Leben geguckt. Ich habe mich auf einmal reingedrückt. 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 Es ist nicht so viel. Oh, der spielt doch. Okay. Warum kann der... Was ist hier so krass bei den Hüpfen, frage ich mich. Das war glaube ich eine Fähigkeit, ne? Die ich nie benutzt habe, weil ich sie nicht kenne, weil sie nicht so beschrieben ist. Das ist doch, dass wir verloren hatten, den Punkt. Und du einfach alleine vorne bist. Ja, danke Orisa, dass du einfach weggehst. Mich schutzlos da lässt und wir dann am Ende beide tot sind. Wow. Unser oder Gegner? Gegner. Ja, was für eine Range der wieder hat, jetzt plötzlich. Sollte es nicht alleine den Gegner reinlaufen. Unser Team ist gerade richtig spät. Nehmt bitte den Punkt ein. Geht auf den Punkt, Leute. Geht's ja. Danke. Junge, Junge, Junge. Ich weiß nicht, wie es jetzt schnell tot ist. Ich bin. Ohne tot. Ja, ohne verloren. Team wurde ausgelöscht. Das ist nicht so geil gelaufen. Der Anfang war gut und danach haben wir einfach uns aufgelöst. War einfach kein Team mehr da. Ich muss unbedingt nach Feierabend mal herkommen und den Oktopus probieren. Ja, ich würde das holen und immer auch mein kriegen. 4, 3, 2, 1, Runde, 2. Egal. Ja. 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 Mach doch die Sombra Platz. Ach, ernsthaft, die sind so ein scheißes Schamkegranate hat mich noch erwischt. Warum schiebst du eigentlich keine Gegner an den Lütze? Such ich ja. Ach, ernsthaft. Ja. Wie ist das? Ja. So. Wo ist das? Wie ist das? Wird's beworben? Ja. Ich bin. So. Es ist einfach lieber, alle laufen wieder weg Wir müssen den Punkt einnehmen Ja, laufen erstmal zum Gegnerspawn Obwohl die Gegner auf dem Punkt sind Sombra tot? Wer wollte ich haben? Oh, meine Fresse Unser Team ist so bad Bei mir ist die Sombra Keine Ahnung, wo die hin ist Schade Also dann haben wir den Punkt mal bekommen Ja, aber wir haben auch alle unsere Ultis Und auch nix geil Wenn ich genauso viele Kills habe wie unsere DDs Fühle ich mich irgendwie als Moron ein bisschen kacke Ich finde unsere DDs so eine altkacke Aber ich habe schon 10 Tode Und ich habe Doppelt so viele Schaden gemacht Als der Reaper Fühle ich nochmal anmerken Lächerlich Das Team ist einfach so bad Ich guck gerade wo der ist Oh, cool Ja, ich wollte gerade den Junker töten Aber der ist einfach In mir explodiert Und du hast keinen einzigen runtergegickt Oh, einen Ja Dann hast du vielleicht wenigstens Highlights Na, wir haben mal Fahrkrach verloren Bei den Lucho Der eigentlich sollte wieder hochskapen Okay Willkommen in Oasis Okay Ich muss wieder Polizist werden War das Blöntchen nicht gut? Ne, haben wir verloren Haben die eigentlich auch ein Bewusstsein hier Die Typen Oder sind sie doch nur halbe Roboter So Harte, ich bin noch nicht gleich mal im Service So, jetzt Wenn wir uns gegenseitig vertrauen Kann nichts schief gehen Das ist ein Genji Ach man, oh Oh, ich wollte die Diva haben Das war in Sache des Prinzips So Weg da geht's Weg da geht's Ich komme Ich komme langsam Unser Team war auch mal hier Heilung und so, ne Alter Alter Er hat nur einen halben Balken überlebt Sieht schlecht aus Ja Ja Oh Oh Fuck NG. Okay, ich glaub der McGee will wieder nach oben. Ja. Oh schade, ich wollte ihn gerade runterkicken. Oh, seine Granate hat ordentlich Schaden gemacht. Okay, naja. Bin unterwegs. So, nochmal ein bisschen Service machen. Oh, Junkrat, was hast du getan? Schade. Ah, was soll ich machen? Ah. Okay. Was ist mit dem Allen los? Ich muss anders an die Sache rangehen. Genau, was der ein Problem ist. Halt. Ich gebe Deckung. Ich habe den Genji jetzt nicht tot gekriegt. Unglaublich. Unglaublich. Wir müssen den Punkt einnehmen. 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 Gott, keine Ahnung. Der trifft ja alles. Unglaublich. Ich sollte mir einen Hund zulegen. Damals auf der Basis hatten wir so einen niedlichen Rottweiler. Arbeitet zusammen, dann kriegen wir das schon hin. Oh, ja, ja, ja. Platz gemacht. Ja, warum ist denn keiner mehr hier? Da sind Leute Gegner auf dem Punkt. Warum ist denn keiner von unserem Team mit einem Punkt? Das muss ich nicht verstehen, ne? Wie kann man nur so auf Kills geiern? Deswegen verlieren wir die Runde. Verdient. Warum machst du hier Boost? Alter, es ist so lächerlich, dass wir Supporter den Punkt halten müssen. Weil unsere anderen Mates alle einfach nur auf Kills geiern. Und die anderen nicht mehr zu hinkriegen. Ich möchte nur mal merken, Soljan oder wie es heißt, hat drei Kills. Will ich nur anmerken. Ja, spielt einfach nix tot, weil kein Kill bekommt. Nix. Cool. Das ist richtig schlechtes Gameplay von so einem Team. Oh, der McGee ist auch wieder da. Neun Tote, drei Kills hat so aus. Und ich bin tot. Nice. Höhepunkt 1 ist dieser Runde. Ich versuche auch nicht mehr auf den Punkt zu kommen. Bad Game. Was ist das für ein Eko-Skin? Die Stunde hat geschlagen. Ich versuche auch nicht mehr auf den Punkt zu gehen. Und ich bin natürlich auch nicht mehr hart in die nächste Woche. Ich bin voll von den Punkt zu machen. Aber nicht nur da. Ich bin voll von draußen. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018